Nachdenkseiten Die kritische Website Kehr für die Krim entgiften, Beck wirbt für Assov. Das sind die demokratischen Freunde unserer Regierung. Ein Kommentar von Tobias Riegel Die Unverblümtheit, mit der westliche Medien und Politiker versuchen, ukrainische Radikale als Partner und Demokraten darzustellen, nimmt nochmals zu. Teils wird nicht mal mehr versucht, eine Distanz zu ukrainischen Rechtsradikalen wenigstens vorzutäuschen. Unterdessen bezeichnet Russland Deutschland als unfreundlichen Staat. Die grüne Politik der Spaltung verbucht damit einen weiteren giftigen Erfolg. Als aktuelles Beispiel für eine skandalöse Distanzlosigkeit gegenüber ukrainischen Rechtsradikalen wird weiter unten im Text ein aktueller Tweet von Marie-Louise Beck thematisiert, in dem sie Personal des Assov-Regimes bewirbt. Zunächst soll es hier aber um einen ukrainischen Plan bezüglich einer zurückeroberten Krim gehen. Wie unkritisch dieser radikale Plan von deutschen Medien wiedergegeben wird, der von Entgiftung spricht und Russen als Müll bezeichnet, ist einmal mehr sehr fragwürdig. Auch, dass aus der dort genutzten extremen Sprache und den teils rechtsextremen Inhalten nicht der Impuls der Distanzierung auf westlicher Seite erwächst. Dass diese Distanzierung ausbleibt, belegt einmal mehr die ideologische Motivation, dass Rechtsextreme nur so genannt werden, wenn sie ins eigene Konzept passen. Wer ankündigt, die besetzte Krim zurückerobern zu wollen, der nutzt nicht nur unscharfe Begriffe zur Beschreibung des Status der Krim, zusätzlich machen diese Kräfte Werbung für einen dann durchaus möglichen Atomkrieg in Europa. Es ist im Ergebnis übrigens gleichgültig, ob dieser Atomkrieg dann aus edlen Motiven produziert wurde, was aber ohnehin nicht der Fall wäre. Dass der völkerrechtliche Status der Krim keineswegs so eindeutig ist, wie er von der ukrainischen Regierung dargestellt wird, das wurde auf den Nachdenkseiten etwa in einem verlinkten Artikel beschrieben. Krim – Umfassendes Programm der Entgiftung Dass die Regierung in Kiew trotz des nicht eindeutigen rechtlichen Status und der riesigen Eskalationsgefahr darauf pocht, die Krim zu erobern ist nicht neu. Medien berichten nun aber, was die ukrainische Regierung danach mit der Halbinsel vorhat. Der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine, Oleg Sey Danilov, beschreibt demnach einen Zwölf-Punkte-Plan. So solle als Teil der Deokupation etwa die Krim-Brücke mit der Auto- und Eisenbahnverbindung zum russischen Kernland abgerissen werden, wie Danilov am Sonntag mitgeteilt habe. Die Vertreter der russischen Regierung bezeichnete er als Müll. Die Staatsdiener auf der Krim, die sich 2014 bei der Annexion mit den russischen Besatzern eingelassen hätten, würden einer Säuberung unterzogen, nach dem Vorbild der Entnazifizierung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, so Danilov laut Medien. Die Kollaborateure und Verräter des ukrainischen Staates sollen in Strafverfahren zur Rechenschaft gezogen werden, heißt es demnach in Schritt 2 des Plans. Russen, die sich nach Februar 2014 auf der Krim niedergelassen haben, sollen vertrieben werden. Grundstückskäufe und andere Verträge würden annulliert. Außerdem beschrieb Danilov ein umfassendes Programm der Entgiftung. Es wird ein umfassendes Programm der Entgiftung umgesetzt, das die Folgen des langjährigen Einflusses der russischen Propaganda auf das öffentliche Bewusstsein eines Teils der Bevölkerung der Halbinsel neutralisiert. Dass auch die russische Seite teils eine unmögliche Sprache nutzt, zeigt dieses Zitat. Der Gouverneur der Krim-Metropole Sevastopol, Mikhail Rasvorshaev, rief laut Medien die Menschen auf, sich von den Äußerungen der kranken Leute in Kiew nicht beeindrucken zu lassen. Man muss sie heilen und darum kümmert sich auch gerade unser Militär. Marie-Louise Beck und das Azov-Regiment Marie-Louise Beck, Grüne und Chefin der neokonservativen Denkfabrikzentrum Liberale Moderne, macht derweil Werbung für die rechtsradikale Azov-Einheit in der Ukraine. Auf Twitter setzte sie kürzlich folgende Nachricht ab. Katharina P., eine entzückende, hochkreative junge Frau. Ihr Mann, Lehrer, kämpft mit Azov für ein Leben in Freiheit statt unter dumpfem russischen Terror. Es sind oft die Besten, die bereit sind, ihr Leben für Würde und Freiheit zu geben. Sie kämpfen auch für uns. Die junge Welt nennt Beck aus diesem Anlass aktuell die Nazi-Häschlerin des Tages und schreibt, Katharina ist die Frau vom Chef der Nazi-Einheit, Denis Poroschenko, dem von Präsident Zelensky mit der höchsten Auszeichnung dekorierten mythischen Helden von Azovstal. Dank des vom Westen angezettelten Maidan-Putsches und der von Beck's Liebmord und anderen transatlantischen Drückerkolonnen fabrizierten Kriegspropaganda hatten sich für den Fußball-Hooligan 2014 ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. Früher habe er noch mit abgesägten Schrotflinten arbeiten müssen. Nun könne er mit taktischen Panzergruppen, gepanzerten Fahrzeugen und Artillerieunterstützung zu Werke gehen, verkündete er stolz. Es gibt für Deutschland und EU-Europa keine Alternative zu einem Auskommen und zu einer fruchtbaren Handelsbeziehung mit Russland. Unter anderem das unterscheidet die EU-Interessen von den US-Interessen. Dass eine Verständigung mit Russland keine Unterwerfung unter ein russisches System bedeutet, ist selbstverständlich. Eine Beendigung der propagandistischen Feindseligkeiten, der Waffenlieferungen und des Wirtschaftskrieges sowie die Respektierung begründeter russischer Sicherheitsinteressen bedeutet kein naives Duckmäusern von EU-Seite. Es wäre stattdessen ein Handeln im Interesse der Bürger Europas. Angesichts der Handlungen vieler deutscher Politiker und Journalisten, aktuell aber auch bereits seit Jahren gegenüber Russland, kann die folgende Nachricht nicht wirklich überraschen. Russland hat eine neue außenpolitische Strategie verabschiedet, in der der Westen zur existenziellen Bedrohung erklärt wird, wie Medien aktuell berichten. In diesem Zusammenhang wurde auch Deutschland von Russland als unfreundlicher Staat eingestuft. Der Begriff machte aber schon länger die Runde. Wenn auch erwartungsgemäß, so ist dieser Schritt doch schockierend. In Rekordzeit haben deutsche Politiker und Journalisten das Wunder der russischen Vergebung und Verständigung nach dem Zweiten Weltkrieg und bezüglich der Wiedervereinigung zerstört. Dieses Handeln ist so verantwortungslos und es ist so gefährlich für die Zukunft Europas und seiner Kinder, dass man gar keine Worte mehr dafür findet. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.